Ja, soll man, kann man eigentlich Tesla noch kaufen bei all dem, was Elon Musk gerade so macht? Diese Frage wird mir in der Community immer wieder gestellt und ich stelle sie mir auch selber. Und habe gedacht, das nutze ich doch für meinen ersten Podcast in meinem Deezer-Dad-Format, den ich heute zusammen mit Christoph Krachten gestalten darf. YouTube-Experte, Mediakraft-Gründer, Klickzoom-Wissenschaftsjournalist, Fairtuber. Ja, also ein vielseitiger Mensch, der jetzt gerade auch wieder einen neuen Kanal gestartet hat. Klickzoom vorne mit E und da geht es um Elektromobilität. Also der perfekte Gast, hat auch noch ein Buch über Tesla geschrieben. Ich glaube, das als Einführung erstmal genügt. Herzlich willkommen, Christoph Krachten. Hallihallo, hallo Tobias. Habe ich das so in der Fülle ordentlich genannt oder fehlt noch was? Phenomenal, ja. Ich frage mich auch manchmal, was ich mir so alles als Bein binde. Aber das sind halt alles Themen, die mich begeistern und gerade die Elektromobilität. Ich fahre ja seit fast 25 Jahren Elektroauto. Und ja, und damals schon wollte ich einfach zeigen, hey, das geht doch. Das war damals noch sehr unkomfortabel, aber es ging. Ich konnte zumindest ins Büro und wieder zurückfahren. Und das war es mir wert, das damals zu demonstrieren. Und heute geht ja viel mehr. Und das war sicherlich kein Tesla vor 25 Jahren, weil die gab es noch nicht. Fährst du aktuell einen Tesla oder hast du schon mal einen gefahren? Ja, ich bin diverse gefahren und vor Jahren ein Model S mir zugelegt. Aber jetzt werde ich, glaube ich, im Zuge dieses Projektes vorne mit E auf das eigene E-Auto verzichten und immer mal wieder Testfahrzeuge fahren. Das erste wird ein Peugeot 2008 sein, also ein Klassiker des Elektroautos, was man eigentlich nicht für Fernstrecken nutzen kann, weil es ein sehr kleines Akku hat, etwas mehr als 50 kW. Ich sage mal, bescheidene Ladeleistung mit 100 kW. Aber gerade darum geht es mir, Alltagstauglichkeit zu checken, wie funktioniert das. Und braucht man immer das Größte, Beste, Schnellste? Oder geht es vielleicht auch mit etwas Kleinem, was auch dann nicht so viel kostet? Da könnten wir uns natürlich jetzt heute auch ausgiebig austauschen. Ich habe ja auch das eine oder andere Auto schon getestet, also E-Autos eigentlich ausschließlich. Aber heute soll es ja um Tesla gehen. Du hast ein Buch über Tesla geschrieben, vielleicht einmal vorneweg noch. Wie bist du dazu gekommen, Tesla-Experte zu werden? Oder was zeichnet dich als Tesla-Experten aus? Also da bin ich auch wie die Jungfrau zum Kind ein bisschen mitgekommen. Das ist ja das Buch. Und der Gag ist, ich hatte einfach irgendwann bemerkt, auf meinem Wissenschaftskanal hatte ich schon so viele Videos zu dem Thema gemacht. Also selber schon so viel geschrieben und mich ins Thema reingearbeitet, dass ich dann überlegt habe, okay, so viel mehr muss ich gar nicht schreiben, um daraus ein Buch zu machen. Und ja, dann habe ich ein Buch geschrieben, was so auch einmalig ist, weil es eben so diese besondere Stellung von Tesla als Pionier in diesem Bereich schreibt. Eben eine vernünftige Batteriemanagement mit Temperaturregelung, mit Laderegelung und so weiter und so fort. Das gab es zum ersten Mal von Tesla. Das hat GB Straubel dort entwickelt. Und ja, das hat mich all das, und das ist ja nur eine Facette von diesem riesen Tesla-Thema. Das hat mich sehr fasziniert. Und man muss sagen, ohne Tesla gäbe es Elektromobilität, wie wir sie heute kennen, nicht. Punkt. Bist du jetzt ein Tesla-Jünger oder ein Fanboy, wie man das immer kritisch genannt wird? Oder wie würdest du dich bezeichnen? Also, ich bin Journalist und ich versuche, die Dinge so darzustellen, wie sie sind und nicht zu beschönigen und auch nicht zu schlechter zu machen, als sie sind. Aber bei Tesla muss man wirklich sagen, das, was da entwickelt worden ist, das war zumindest, und da kommen wir jetzt gleich aufs Thema, als diese Produkte, diese Fahrzeuge auf den Markt kamen, absolut richtungsweisend. Ja, genau. Tesla ist, glaube ich, ein vielfältiges Thema. Man kann über die Aktie sprechen, das würde ich gerne kurz noch tun. Man kann über die Technik sprechen, das sollten wir auf jeden Fall am Schluss noch tun. Und man kann über den Gründer und CEO sprechen, und das wollen wir vor allem tun. Elon Musk, das ist natürlich eine schillernde Persönlichkeit. Ich habe gerade nochmal geschaut, wenn ich auf die Aktie blicke, die ist letztendlich wieder bei 230 Euro, wo sie vor vier Jahren schon mal war. Und dazwischen haben wir Ausschläge von 120 plus, 120 minus. Also es ist eine, man würde sagen, eine volatile Aktie. Was sagt das über Tesla aus? Also sie ist ja in den letzten Monaten ja ganz gut gestiegen eigentlich, weil es immer wieder sehr positive Nachrichten gab, trotz des, ich sage mal, etwas diskussionswürdigen Verhaltens von Elon Musk. Aber jetzt ist sie halt wieder stark gesunken, nachdem wir doch enttäuschende Quartalszahlen bekommen haben. Und das Ziel, was Elon Musk mal ausgegeben hat, 20 Millionen Fahrzeuge, Jahresproduktion im Jahr 2030, ich würde sagen, das ist in extreme Ferne gerückt. Und keine Ahnung, ob das Tesla jemals erreichen wird, wäre ja dann der größte Autohersteller der Welt. Aber damit ist im Moment absolut nicht zu rechnen. Man muss ja auch sehen, dass, also die deutschen Traditionshersteller kommen mit immer mehr Fahrzeugen, große Konzerne wie Stellantis gehen immer mehr auf die Elektromobilität. Und es gibt halt riesige Autohersteller aus China wie BYD und so weiter, die jetzt hier in Europa noch mit sehr bescheidenen Zahlen, aber das kann sich halt ändern, auf den Markt kommen. Also die Konkurrenz schläft nicht. Und von daher ist, was das Autosegment angeht, Tesla unter Druck. Aber das ist ja nur ein Geschäftsbereich. Genau, das ist ein herrlicher Cliffhanger. Den sparen wir uns für den Schlussteil auf. Genau das, also weil, genau, du hast es beschrieben, in welchem Umfeld Tesla gerade ist. Ich finde, Tesla ist vor allem in Deutschland, vielleicht kannst du mir das nachher ein bisschen auseinanderziehen, auch eine sehr emotional betrachtete Marke, auch für den Medien. Also da geht es eigentlich selten um das, was du in deinem Buch schreibst, um den technischen Vorsprung, um die Batterien und diese Sachen. Da geht es um brennende Teslas, die keiner gesehen hat. Da geht es um Elon Musk vor allem auch, um die Person. Und da haben wir natürlich jetzt gerade die Situation mit dem Wahlkampf in den USA. Und er hat die Plattform X jetzt inzwischen und stellt sich ganz klar hinter Trump. Und vielleicht vorgeschaltet die Frage, inwiefern ist denn diese Personifizierung von Tesla in Elon Musk aus deiner Sicht für das Auto Tesla von Bedeutung? Also ich glaube, es ist schon sehr wichtig für die Bedeutung. Ich glaube, das spielt auch bei den sinkenden Absatzzahlen oder stagnierenden Absatzzahlen eine Rolle. Ich kann das jetzt nicht für alle Länder weltweit beurteilen, aber für Deutschland und für die USA. Dort gibt es ja Zahlen, dass immer weniger Demokraten eben Teslas kaufen, weil sie einfach die politischen Ansichten von Elon Musk überhaupt nicht teilen. Und das schwingt hier ja auch mit bei den Produkten. Auto ist ein emotionales Produkt auch. Das darf man nicht vergessen. Und zu Emotionen gehört halt auch, wenn der Chef hier die AfD lobt und dann nichts Besonderes an Parteiprogrammen sieht. Das ist echt wirklich ein Problem. Also ist das so in Amerika, dass die Demokraten deswegen wirklich zurückschrecken? Ich weiß nicht. Oder machen die Republikaner tun, die sich jetzt den rechten Außenspiegel verbinden mit einer Mullbinde oder so irgendwie? Also das Problem ist wirklich, dass halt die eher demokratisch orientierten Menschen doch diesen Produkten sehr kritisch gegenüberstehen. Dazu muss man sagen, es gibt eben auch andere Produkte inzwischen auch in den USA. Das heißt, die haben halt nicht diesen Nachteil. Sie haben halt nicht dieses, was ich wirklich noch als USP sehe, also Alleinstellungsmerkmal, das Ladenetz, das Supercharger-Netz von Tesla. Das ist halt wirklich einmalig inzwischen. Vor allem, was auch die Softwareaufstellung angeht. Das heißt, wenn ich losfahre, weiß ich, wo eine freie Ladesäule sein wird, wenn ich ankomme. Aber dieses Netz wird ja auch geöffnet für Fremdfabrikate. Ja, das ist so die Gemengelage, muss man sagen. Ob das irgendwann mal, weil das ist ja eher eine psychologische Frage, ob das irgendwann mal in den Hintergrund tritt, weil Elon Musk vielleicht nicht mehr so viel schwafelt oder weil man irgendwann einfach kein Augenmerk darauf legt. Ich kann es nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass viele Menschen das sehr kritisch sehen, weil sie ja dann auch darauf angesprochen werden, wenn sie so ein Fahrzeug fahren. Die werden ja gefragt, kannst du das denn mit deinem Gewissen vereinbaren, so ein Auto zu fahren bei diesem Chef, der solche Sachen von sich gibt? Weil es halt extrem ist auch, was er sagt und schreibt. Das ist mit Sicherheit eine Hypothek, die auf diesem Produkt liegt. Also ich werde natürlich das jetzt nicht verkaufen nach fünf Jahren. Mein super funktionsfähiges Model 3, nur weil Trump irgendwelchen Blödsinn sagt. Die Frage ist natürlich, ich meine, wenn man sich CEOs von anderen Automarken anschaut, dann haben wir natürlich vielfach den Nachteil, dass man die gar nicht kennt, dass die überhaupt keine Persönlichkeiten sind, auch keine Personenmarken sind. Oder ehrlich gesagt, ich hoffe jetzt, Volkswagen hört nicht zu, aber wenn ich den CEO von Volkswagen reden höre, dann denke ich, um Gottes Willen, also da kriegt es ja kein geraden Wort raus. Also da war der Herbert Diess ein anderes Kaliber, sage ich jetzt mal. Aber naja, die Frage ist doch letztendlich, spielt das wirklich eine Rolle? Sagst du ja, ganz klar. Aber warum kann denn Trump nicht auch einfach seine Klappe halten? Also warum äußert er sich überhaupt politisch? Der könnte doch wie alle anderen einfach gute Autos bauen und gut ist. Du meinst Musk, ja. Ja, Musk, ja, genau. Witzig, witzig. Ich habe immer wieder Trump und Musk verwechselt im Kopf. Daran sieht man es. Der ist schon in den Hirnregionen im gleichen Bezirk wie Trump. Es gibt ja auch Präsidentschaftskandidaten, die verwechseln Putin mit Zelensky insofern. Ja, das ist so. Das ist ein anderes Thema. Nein, aber genau das ist das Problem oder das ist so eine Herausforderung. Ich sehe es so ein bisschen wie bei Influencern oder einfach Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Plötzlich fühlen sie sich berufen, zu jedwedem Kram irgendetwas zu sagen, weil sie ja so eine Bedeutung haben. Und dazu muss man einfach sagen, ja, sie haben eine Bedeutung, aber doch, was ihre Profession angeht. Und dazu muss man sagen, Elon Musk ist sogar wahrscheinlich einer, wenn nicht der mächtigste Mann der Welt. Wenn der einen Premierminister, egal wo, anruft, dann kriegt er einen Termin. Und das ist ein Problem, dass Menschen, kennt man aber auch hier in Corona, da haben plötzlich irgendwelche Buchautoren gemeint, sie müssten was zu Corona sagen und könnten das auch, obwohl sie einfach von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Das ist wirklich, ja, das ist ein Problem von Menschen mit Reichweite. Und unter diesem Problem leidet auch Elon Musk, dass er denkt, er hätte zu allem Möglichen etwas zu sagen. Was dann auch leider, das ist ja das Problem, das hat dann auch ein Gewicht, obwohl diese Menschen intellektuell in Bezug auf dieses Thema eigentlich überhaupt kein Gewicht haben. Und das ist so ein bisschen die Schere, wo Menschen mit Reichweite drin agieren. Und ich bin der Meinung, man sollte sich vorher in ein Thema doch eingearbeitet haben. Und zumindest, man muss in der Lage sein, eine fundierte Meinung dazu zu äußern. Oder dann auch zu sagen, da kann ich noch nichts zu sagen. Oder in diesem Rahmen kann ich was sagen. Das ist ja ganz wichtig. Der Musk ist ja zweifelsohne hochintelligent. Das ist ja gar keine Frage. Aber ich glaube, dass er in solchen Sachen, ist er da einfach zu impulsiv? Oder will er die Aufmerksamkeit? Oder spielt er einfach gerne damit? Also ich glaube, er freut sich über die Aufmerksamkeit, die er bekommt. Er ist hochintelligent, aber er versteht bestimmte Dinge nicht, was mit seinem Autismus zu tun hat. Ich glaube, viele soziale Dinge versteht er nicht. Er versteht nicht, warum es schwierig ist, zu bestimmten Dingen einfach mal seine impulsive Meinung zu sagen. Ich sage auch nichts, keine Ahnung zur Weinlese oder sonst was. Ich habe einfach keine Ahnung davon. Und ich könnte natürlich jetzt was dazu sagen, weil ich ja in Anführungszeichen intelligent bin. Aber ich habe einfach nicht alle Informationen. Und das finde ich dann schon ein Problem, wenn man zu etwas sagt, wo man nicht alle Informationen hat. Und dazu muss man auch sagen, Elon Musk ist super intelligent. Aber er trifft ja auch komplette Fehlentscheidungen. Er hat ja, als er Twitter übernommen hat, hat er in der Nacht-und-Nebel-Aktion, kann man super in der Biografie nachlesen, einfach mal alle Server rausgerissen und an einen Standort verpflanzt. Er hat die Situation nicht überblickt. Heute leidet das System unter diesem Verschieben der Server und bestimmte Dinge funktionieren nicht, weil eben nicht alles gespiegelt war, was dort auf den Servern lag. Und bestimmte Informationen sind einfach verloren gegangen. Er ist nicht so richtig alltagstauglich manchmal. Ja, genau. Das ist genau der Punkt. Intellektuell kann man verschiedene bestimmte Dinge verstehen. Aber im Alltag sind die dann doch nochmal anders, weil halt nicht alle, weil die anderen Menschen vielleicht nicht so intelligent sind und nicht alles perfekt gemacht haben. Und er setzt das immer so voraus. Das ist vielleicht auch ein Problem. Aber insgesamt würde ich sagen, es ist ein extrem weites Feld. Ich kann es gar nicht, also da sind wir an dem Punkt, ich kann es nicht beurteilen, warum er so drauf ist. Ich finde es fragwürdig. Und das ist meine Interpretation. Vielleicht gibt es auch eine andere. Also für mich sind eigentlich noch zwei Sachen von Bedeutung. Das eine ist, die Rezeption hier in Deutschland ganz im Speziellen. Also ich meine, mir ist schon am Anfang immer aufgefallen, wenn irgendwo ein Tesla gebrannt hat oder jemand auf dem Beifahrersitz sitzt und damit dann einen Unfall mit Todesfolgen verursacht, dann ist es immer Elon Musks Tesla gewesen. Zum Beispiel SpaceX ist nie Elon Musks SpaceX gewesen. Menschen, die das hingekriegt haben, Raketen wieder landen zu lassen, ohne dass sie kaputt gehen. Also das wird schon einigermaßen, diese Persönlichkeit wird aus meiner Sicht in Deutschland schon einigermaßen selektiv wahrgenommen und dargestellt von den Medien. Also insofern wäre die Frage, ist das wirklich, ist das Bild, was wir haben, wirklich ein realistisches? Jetzt mal anders gesagt, also ich nehme jetzt mal die Verteidigungsstellung ein. Er ist ein Unternehmer, der selbstverständlich unternehmerische Interessen hat und der Trump ist ein von irgendwas zwischen 45 und 55 Prozent der Amerikanern unterstützter republikanischer Präsidentschaftskandidat, der wahrscheinlich was zugunsten der Unternehmer tun wird. So what? Ist doch logisch, dass der den unterstützt. Also warum machen wir da so ein Ding draus? Ja, weil, das kann ich dir sagen, weil Trump nicht irgendein Kandidat ist, sondern tatsächlich die Gefahr einer Abschaffung oder einer deutlichen Schwächung der Demokratie besteht. Und das nimmt man halt Musk übel, dass er so jemanden unterstützt. Man kann es eben verstehen aus diesen objektiven Gründen. Biden hat immer die Gewerkschaften unterstützt, zu denen Elon Musk sehr kritisch ist, hat Tesla nie genannt, wenn es um die Elektromobilität ging und so weiter und so fort. Aber allerdings, Trump will auch die Verbrennerautos wieder groß rausbringen oder nach vorne bringen in den USA, was jetzt nicht so super schlau ist. Und das lässt mich dann auch ein bisschen an Musk zweifeln. Ich glaube, es ist halt wirklich ein extrem weites Feld. Ich glaube nicht, dass er überbewertet ist. Ich glaube, dass man das einfach hier sehr empfindlich sieht, was ich aber auch gut finde. Ich finde es gut, dass man hier sensibel ist, auch weil wir eben dem Dritten Reich eine schlimme Vergangenheit haben und da wahrscheinlich sehr empfindlich sind, wenn es irgendwo anders in diese Richtung geht. Ja, auch das kann ich verstehen. Ich bin nochmal hier Anwalt von Elon Musk. Es ist einfach die Frage, ich kenne es aus dem musikalischen Bereich. Ich meine, wir hören Musik von Mördern, Gesualdo zum Beispiel. Wir hören Musik von Drogensüchtigen, von Knastis, alles Mögliche. Interessiert keinen. Mozart war bestimmt keine leichte Nummer. Man will wahrscheinlich mit Steve Jobs auch nicht zusammen Urlaub gemacht haben. Das heißt, wir haben einerseits natürlich diese Personifizierung, die ja auch genutzt wird, die natürlich Elon Musk auch nutzt für sein Ding. Aber mit den Autos hat das doch nichts zu tun. Naja, er hat ja selber in den Autos noch die Batterien zusammengeschraubt. Er ist halt ein sehr engagierter Unternehmer und er ist nicht wie ein Oliver Blume, der über allem schwebt und andere Leute machen lässt. Das ändert sich gerade mit der Zeit, weil es eben auch viele Projekte, über die wir später reden, bei Tesla gibt, wo Elon Musk gar nicht mehr so viel mit zu tun hat. Aber, und auch bei SpaceX, wenn du da die Interviews mit ihm siehst, die Rundtouren über das Gelände mit Everyday Astronaut, dann merkst du schon, er steckt da federführend dahinter. Und das ist eben kein künstlerisches Produkt, wo man einfach sagt, ja, ist mir doch egal, was mit dem Künstler ist, sondern es ist ein technologisches und es ist ein politisches Produkt, weil es geht um das Aufhalten des Klimawandels. Und da verstehe ich ihn insbesondere überhaupt nicht, wie er dann einen Politiker unterstützen kann, der genau das Gegenteil will. Und ja, da bin ich dann nicht der Anwalt von Elon Musk, da bin ich eher der Staatsanwalt, der ihn vor Gericht schleppen will. Mir tut es wirklich leid, weil bis, dass er da auf den sozialen Medien, bis er seine, also bis er gemerkt hat, was für einen Einfluss er hat, hat er ja einfach, hat er nichts gesagt oder hat sehr wenig gesagt. Und das hat sich halt mit diversen Ereignissen geändert. Und das finde ich sehr schade, weil er eben da auch der Belegschaft und dem Projekt mit schadet und das nicht versteht. Insbesondere bei X, früher Twitter, da hat er überhaupt nicht das intellektuelle Verständnis, dass er Plattformbetreiber ist. Und hier in Deutschland wird das ja zum Beispiel ganz klar getrennt, als Plattformbetreiber darfst du keine Inhalte machen und umgekehrt. Aber er macht Inhalte und ist Plattformbetreiber und macht dazu noch, ich sage mal, extrem polarisierende Inhalte und auch eben zweifelhafte Inhalte. Das finde ich extrem problematisch. Als Plattformbetreiber gilt für mich das Motto, einfach mal die Schnauze halten. Und das macht er halt nicht und das finde ich schade. Ja, klar. Man sieht, und jetzt bin ich nicht mehr sein Anwalt, natürlich diese Persönlichkeit, auch die Sprunghaftigkeit, ich würde auch mal sagen, Unzuverlässigkeit in seiner Persönlichkeit. Ich glaube, so kann man das schon sagen. Man sieht die halt schon auch in seinem unternehmerischen Handeln. Ich meine jetzt nur als Tesla-Fahrer, klar, das Referral-System wird angeschaltet, wird abgeschaltet, die Preise werden erhöht, werden gesenkt. Plötzlich kann ein Auto nicht mehr so viel fahren, die Batterieleistung wird geändert und so weiter. Also da ist er einfach, ich glaube, da schlägt dann schon auch seine impulsive Art tatsächlich im Produkt durch. Für mich ist das Produkt dennoch nach wie vor, ich teste ja gerade auch wieder aktuelle Autos und ich muss sagen, das Model Y ist nach wie vor, also nicht mehr das Model 3. Ich würde mir jetzt wahrscheinlich ein Model Y kaufen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Das wäre vielleicht jetzt die Frage, nachdem du gerade so viel als Staatsanwaltschaft gegen Musk gesagt hast. Würdest du dir denn noch einen Tesla kaufen? Also im Moment steht es sich an. Wenn es konkret wäre, würde ich zumindest in mich gehen. Dazu muss man sagen, wie gesagt, das Supercharger-Netz kann auch inzwischen von Fremdmarkt genutzt werden. Es gibt konkurrenzfähige Fahrzeuge, zum Beispiel der neue Porsche Macan, der hat eine 800-Volt-Ladetechnik, ist also damit, ist deutlich teurer, muss man sagen, darf man nicht vergessen als ein Model Y. Ja, denke ich doch auch. Aber hat eine 800-Volt-Ladetechnik, die eben Tesla noch nicht hat, haben dort einige Innovationen drin, die es bei Tesla noch nicht gibt. Also das ist ein, wenn man jetzt nicht ans Geld denkt, sehr konkurrenzfähiges Produkt. Also wo ich auch bei Tesla denke, 800-Volt-Technik könnte schon mal eigentlich in den Teslas drin sein. Nach den vielen Jahren hätte man das schon mal dort einführen können. Also ist damit nicht mehr so innovativ. Andererseits braucht man überhaupt diese Fahrzeuge. Kann es nicht was viel Kleineres, viel Preiswerteres sein? Muss es immer das Fahrzeug sein, was die größte Batterie hat, die schnellste Beschleunigung und so weiter? Geht nicht was anderes auch, weil da bin ich auch mit, ich sage mal, ideell verbunden, kann man nicht alles etwas kleiner machen und ist die Elektromobilität nicht doch auch konkurrenzfähig, wenn man nicht das Allerbeste hat? Ist auf jeden Fall so. Die Fahrzeuge sind konkurrenzfähig, aber auch Hyundai und so weiter und so fort, alle sind da auf den Fersen. Letztlich gab es, glaube ich, sogar einen Test von diversen Elektroautos und da ist auch, ich glaube, ein Hyundai Ioniq 6 ist das Fahrzeug, was mit einmal Laden am weitesten kommt am Tag. Da laufen inzwischen einige Fahrzeuge auch Tesla den Rang ab und von daher würde ich sagen, mal schauen, also wenn es anstehen würde, zu was ich dann tendieren würde. Okay, wenn wir nochmal, bevor wir gleich in die technischen Dinge nochmal einsteigen, wie es gerade wirklich bei Tesla aussieht, vielleicht noch einen Schritt zurück. Was macht denn Elon Musk konkret bei Tesla und ist Tesla ohne ihn auch vorstellbar? Also ich glaube, Tesla ist immer mehr ohne ihn vorstellbar. Also man sieht ja immer mehr auch das mittlere Management, Interviews geben, Statements abgeben und so weiter. Also Elon Musk ist da, glaube ich, nicht mehr so federführend. Ich glaube, er hat auch seine Philosophie in die Firma eingefügt und eingeimpft, sodass die Kolleginnen und Kollegen dort von selbst auch nach seinen Prinzipien arbeiten. Er hat ja diesen wunderbaren Elon Musk-Algorithmus, wo er sagt immer erst mal einen Schritt zurückgehen, sagen, wir machen alles falsch, dann alles nochmal überdenken, dann optimieren und automatisieren und so weiter und so fort. Also immer schneller, besser, kostengünstiger und das immer wieder in den Prozess einfügen. Und in Grünheide habe ich zum Beispiel erlebt, wie sie mir während der Werksführung gesagt haben, ja und dann die Trennwand zum vorderen Wagenteil, früher die Firewall, weil da eben der Verbrennermotor war und die Passagiere vor einem Brand geschützt werden mussten. Ja, die werden wir in Zukunft auf Kunststoff machen, weil das ist leichter, das ist preiswerter und das ist schneller zu montieren. Und da hat Elon Musk einfach gar nichts mit am Hut mit dieser technischen Entwicklung. Und die haben seine Leute halt eingeführt. Und das gilt für immer mehr Leute, für immer mehr Projekte halt. Man darf nicht vergessen, dass der Energiesektor, also der Energiespeicherbereich, die Megapacks immer größere Bedeutung haben im Umsatz von Tesla, dass der Tesla-Roboter Optimus im nächsten Jahr kommt und so weiter und so fort. Also da ist erstens vieles in Entwicklung und es ist vieles in Entwicklung, wo er, glaube ich, überhaupt nicht mehr oder nur noch in geringem Maße die Hände mit im Spiel hat. Ja, also von daher ist das so eine Entwicklung, die auch Apple ja gemacht hat nach dem Tod von Steve Jobs, wo Tim Cook ja auch nicht der große Techie ist, der da persönlich in die Produktentwicklung eingreift. Und unter Tim Cook ist ja Apple viel erfolgreicher geworden, als es je unter Steve Jobs war, wobei er damals ja auch extrem mitbeteiligt war, dass Apple noch die Kurve kriegte, haarscharf. Sie waren ja ganz kurz vor dem Bankrott. Aber dann wurde es halt noch größer und noch erfolgreicher unter Tim Cook. Das heißt, ich sollte meine Tesla-Aktien erst mal noch behalten? Ach, ich habe hier eine Kaffeetasse. Ich kann ja mal kurz Kaffeesatz lesen. Ja, genau, genau, genau. Also was ich noch vergessen habe, das Vogo-Taxi kommt ja auch noch. Genau, deswegen. Deswegen lass uns doch nochmal aufdröseln. Also da gibt es einige Entwicklungen bei Tesla, die durchaus bedeuten könnten, dass die Aktie noch deutlich an Wert gewinnt. Ja, das meine ich ja. Aber das Erratische von Musk spricht dagegen. Ja, genau. Deswegen war die Frage, ist Tesla ohne Musk denkbar? Weil das, was du jetzt gerade aufgezählt hast, waren ja schon einige so, sage ich jetzt mal, die Frage wäre gewesen, welches Ass hat der Musk im Ärmel oder welches Ass hat Tesla im Ärmel? Du hast ja natürlich gut... Drei Erste, Energiespeicher, FSD, oder vier damit sogar, FSD, damit verbunden, das Robotaxi, also Full-Safe-Driving, das Robotaxi und der Roboter. Und der Roboter-Optimus ist ja auch im Gegensatz zum Beispiel zu Boston Robotics, heißt es, glaube ich, eine dramatische Weiterentwicklung, weil er eben mit KI arbeitet und eben mit dem Full-Safe-Driving. Das heißt, der Roboter kann sich selbstständig orientieren. Das ist auch ein komplett neuer Schnack. Das sind disruptive Produkte. Und wenn man das berücksichtigt und nach allem, was man bisher, ich sage mal, überblicksartig über FSD liest und hört, all die, weil wir es ja hier in Europa nicht haben, sondern dass es da in Amerika gibt und in China bald geben wird, sieht das schwer danach aus, als wäre es ein Game-Changer im autonomen Fahren und dann im autonomen Bewegen auch bei Optimus. Ja, lass uns das mal aufdröseln, weil nicht alle der Zuschauerinnen, Hörerinnen irgendwie Tesla-Experten sind. Also, um mit dem ersten anzufangen, FSD, Full-Safe-Driving, also die Möglichkeit wirklich, das, was wir jetzt so mit Spurhalteassistent, Tempomat, beziehungsweise ist ja eigentlich schon ein Lenkassistent bei Tesla und jetzt eigentlich bis jetzt, man kann schon überholen, aber man muss das Zeichen dafür geben und so weiter. Und da ist ja schon von Anfang an das Versprechen gewesen von Tesla, dass es bis zum Full-Safe-Driving kommt. Ich weiß nicht, da gibt es diese verschiedenen Stufen des autonomen Fahrens. Und da sind wir jetzt, glaube ich, ich weiß gar nicht, auf Stufe drei von fünf oder vier von sechs oder so irgendwas. Also, letztlich das System, so wie es funktioniert, ist theoretisch in der Lage, die absolute Autonomie zu beherrschen, nämlich, dass die Stufe fünf, sprich, der Fahrer kann sich, ist kein Fahrer mehr oder die Fahrerin, sondern kann sich hinlegen. Ist ja auch die Aussage über die nächste Version, kann eine Sonnenbrille fahren und das ist, mit Sonnenbrille fahren, ist gleichbedeutend. Und wenn man sich die Videos zum Teil ansieht, ist es wirklich absolut beeindruckend, was das System kann. Und da ist Tesla ganz weit vorne. Da muss man sagen, Tesla hat da ja drei Anläufe gebraucht. Das erste kennen wir, was wir hier in Europa haben, eben so ein paar Sachen, die automatisch laufen. Auf der Autobahn kannst du die Spur halten, Abstand halten, kann eben mit Bestätigung überholen, kann mit Bestätigung die Ausfahrt selbstständig nehmen und so weiter. Dann gab es die nächste Stufe, wo man versucht hat, mit KI ganz viele, also künstlicher Intelligenz, ganz viele Regeln aufzubauen, versucht hat, der Software beizubringen. Schätz doch mal ab, wie dieses Auto sich jetzt verhalten wird. Wird das die Spur wechseln? Wird es nicht die Spur wechseln? Wird dieser Fußgänger über die Straße gehen? Wird diese Radfahrerin jetzt ausscheren oder nicht? Und das mit ganz vielen Daten gefüttert haben. Aber man hat dann gemerkt, dass dieses System nie, nie, nie perfekt wird. Und da hat man noch einen Anlauf gemacht und hat gesagt, nee, das wird gar nichts. Wir sagen dem System nichts mehr, sondern geben eben nur einen Algorithmus an die Hand, um aus vorhandenen Videodaten selbst die Schlüsse zu ziehen. Wir sagen dem gar nichts mehr, sondern wir geben einfach nur noch Videos rein. Und dieses System ist wirklich so, dass es zum Teil wie von Geisterhand geführt Verkehrssituationen beherrscht, wo wir selbst als Menschen überfragt wären. Und das ist schon sehr beeindruckend. Damit ist es allen anderen Systemen meilenweit voraus. Cruise hat schon Autos komplett in Sackgassen gelenkt und dann waren dann zehn Autos und kamen nicht mehr raus. Waymo versucht das Linksabbiegeproblem, was ja wirklich ein Problem ist oder eine Herausforderung ist, weil da eben Autos von vorne kommen und man auf den Gegenverkehr achten muss. Dadurch zum Gehen, dass es einfach lieber dreimal um den Block fährt, rechts abbiegen. Damit es auf keinen Fall in diese Situation gerät. Nur im Notfall. Und davon ist, das ist bei Tesla eine komplett neue Entwicklungsstufe. Und das ist eine disruptive, absolut bahnbrechende, innovative Technologie, die hier Tesla entwickelt hat und scheint da wirklich allen anderen voraus zu sein. Es wird ja immer wieder gesagt, ja, da gibt es ja noch die Technologie, da gibt es ja noch die Technologie. Bisher, immer wenn ich dann davon erfahren habe, mich ein bisschen reingelesen habe, Mobile Eyes immer schon arbeitet in Ortsmarken, das braucht Tesla alles nicht. Tesla ist wirklich in jeder Situation, unabhängig davon, wo es ist, es braucht keine Informationen. Ich bin jetzt in Paris und das sind die Straßen. Tesla kann allein über Kameradaten und das Erfassen der Umgebung autonom fahren. Und das ist... Im Moment im Testbetrieb oder es ist sicherlich noch nie, noch nirgends wirklich erlaubt, oder? In Amerika wird es ja eingesetzt, da ist es auf allen die FSD, also wenn du dein Model 3 in Tesla aus dem Container holen würdest, könnte es ab diesem Moment wirklich, also wenn du FSD hättest, könnte es ab dem Moment diese Software installieren und du könntest damit fahren. Okay, also das ist ein super Punkt natürlich. Das zweite war die Batterie. Ja, Megapacks, Speicher, das halte ich sowieso für die entscheidende Technologie in der Zukunft, also unabhängig von Tesla. Die spielt ja auch im Masterplan 3 eine extreme wichtige Rolle und sie spielt auch wirklich eine Rolle, weil wir haben bei regenerativen Energien ja die Herausforderung, dass sie, wenn die Sonne scheint, bei Solarzellen Energie liefern, wenn sie nicht scheint, keine Energie liefern, wenn Wind weht, Energie liefern, wenn kein Wind weht, keine Energie liefern. Sprich, über das Stromnetz gleicht sich das aus und es wird ja immer die Dunkelflaute so thematisiert. Ja, was ist denn, wenn keine Sonne scheint und kein Wind weht, dann haben wir keine Energie. Ja, das mag für, keine Ahnung, hier Berlin gelten, da gibt es das wahrscheinlich nachts, aber dann weht halt woanders Wind oder woanders scheint die Sonne. Na gut, das ist vielleicht weiter weg dann, aber keine Ahnung, in Bayern weht halt Wind und man kann den Strom von A nach B transportieren, was aber ein Problem ist, weil die Energienetze dafür nicht ausgelegt sind. Das heißt, es gibt zwei Probleme. Der Strom steht nicht immer zur Verfügung und zweitens, die Energienetze sind nicht dafür ausgelegt, um den Strom von A nach B in größeren Einheiten zu transportieren. Und hier spielen Batteriespeicher für beide Szenarien eine extreme Rolle, weil in dem Moment, wo ich überall Energiespeicher hinstelle, kann ich erstens diese Leistungsunterschiede ausgleichen. Ich kann einfach sagen, hey, wenn kein Wind weht, speichere ich aus den Megapacks, gebe ich Strom ins Netz, ab dem ich vorher gespeichert habe. Also da geht es jetzt ums bidirektionelle Laden und dass man die Speicher der Autos sozusagen als Puffer benutzt. Aber es geht noch nicht um die Autos. Das ist nur Megapacks, sind nur Standort- und rumgespeicher. Einfach riesige Batteriespeicher, riesige Türme mit Speichern, die einfach... Von Tesla. Von Tesla gibt es auch von anderen. Aber Tesla ist da halt ein sehr großer Lieferant, der eben da riesen Batterieparks baut. Aber wo ist da der Vorsprung, der große technologische Vorsprung? Der technologische Vorsprung sind die Produktionskapazitäten und die Serienfertigung. Tesla war ja einer der ersten, der das australische Stromnetz stabilisiert hat, wo die ja riesen Probleme hatten, eben mit diesen Stromschwankungen, wo ständig der Strom ausgefallen ist. Das hat Tesla behoben mit seinen Batteriespeichern. Und es kommt noch etwas dazu bei diesen Megapacks und generell diesen Energiespeichern. Ich kann auch Dinge anschließen, die ich sonst nicht anschließen kann. Also hier in Brandenburg gibt es zum Beispiel einen Windpark, der ist nicht angeschlossen, weil das Stromnetz nicht dafür ausgelegt ist. Baue ich aber jetzt dort einen Pufferspeicher ein, kann ich einfach hohe Ströme in den Pufferspeicher liefern und dann, wenn es keinen Wind gibt, diesen Strom ins Netz speichern, ins Netz liefern. Der Riesenvorteil ist, ich kann mit einer geringeren Anschlussleistung den Strom liefern ins Netz, weil ich nicht das Maximum verkraften muss des Netzes, sondern ich kann eine mittlere Leistung abgeben. Und genauso gilt das für Ladestationen. Ich brauche, ich kann theoretisch so eine Ladestation, wie sie hier auf der Straße steht, wo ich halt mit 11 kW Fahrzeuge lade, die könnte ich mit einer, theoretisch jetzt mit einer 220 Volt Steckdose beliefern, wenn ich einen Pufferspeicher dazwischen habe, der einfach den Strom sammelt und dann stoßweise abgibt. Das heißt also, auch da wird das Netz weniger beansprucht und ich kann mit geringeren Netzkapazitäten trotzdem Elektroautos laden. Okay, also Tesla ist vor allem auch noch ein produktionsfähiger Speicherhersteller, der sehr gute, auch große Speichermann hat. Das hat sich jedes Jahr verdoppelt, die Leistung. Das heißt, Tesla nähert sich dem Punkt, wo das die Hälfte des Umsatzes ausmacht. Ist noch entfernt, aber das kommt immer stärker. Also die Shanghai werden ohne Ende Batteriespeicher produziert. Okay, und inwiefern können von diesen Entwicklungen die Autos dann wiederum auch profitieren? Ist da auch was in der Aussicht? Gar nicht. Das ist das Wort, wo Elon Musk sagt, naja, die Autoproduktion ist ja gar nicht so wichtig. Okay. Gut. Das Dritte, das waren die Robo, also die, wenn ich das richtig verstehe, da geht es doch auch, das ist in Zusammenhang mit dem Full-Self-Driving, dass wir halt einfach die Autos gar nicht mehr besitzen, sondern uns immer dann eins besorgen, wenn wir es brauchen. Und ich glaube, das war ja von Anfang an die charmante oder auch bahnbrechende Idee von Musk, dass wir eben Autos gar nicht mehr besitzen, sondern sie einfach uns dann heranfahren lassen in der Größe, wie wir sie gerade brauchen. Und wie weit ist er da? Ja, da sieht es so aus. Eigentlich wollte er das Fahrzeug ja am 8. August vorstellen. Das ist jetzt verschoben, weil noch am Design etwas geändert werden soll. Das steht jetzt, ich sage mal, in den Sternen. Es wird nicht mehr allzu lange dauern, aber dieses autonome Robotaxi wird vorgestellt. Und wenn Tesla als einziger Hersteller in der Lage ist, eine Robotaxi-Flotte zur Verfügung zu stellen, die nicht regional begrenzt ist, das ist ja bei Waymo, Cruise und so weiter immer der Fall, die sind ja regional begrenzt, weil sie halt auf die Kartendaten zugreifen müssen, sonst funktionieren sie nicht. Tesla könnte das sofort weltweit starten und hätte eine Cash-Cow wie kein anderes Unternehmen. Okay. Das ist natürlich attraktiv und du siehst das auch in der näheren Zukunft kommen. Ja. Also überall dort, wo die Regularien das erlauben, also nicht bei uns. USA und China. Aber dann wird sich auch Europa langsam mal überlegen müssen, wenn das der Fall ist, dann wird Europa einfach komplett den Anschluss an die Mobilität der Zukunft verlieren, weil man darf nicht vergessen, in dem Moment, wo sowas Realität wird und das auch noch elektrisch, habe ich ja, brauche ich nicht mehr so viele Autos, die auf der Straße rumfahren. Ich brauche nicht mehr so viele Parkplätze und so weiter und so fort. Das ist wirklich, das ist wirklich eine, ein Game-Changer in der Mobilität, in dem ich autonome Fahrzeuge durch die Städte fahren lassen kann, die einfach alle Mobilitätsbedürfnisse, die abseits von U-Bahnen, Bussen, Fahrrädern, Rollern und so weiter liegen, befriedigen können. Das wäre einfach eine unfassliche Entwicklung und wäre wirklich für die Mobilität extrem gut. War auch einer der drei Gründe, die ich immer aufgezählt habe, warum ich mir damals einen Tesla gekauft habe, weil ich eben diesen Gedanken so gut fand. Ich meine, wir kommen ja beide eher aus der, ja, auf jeden Fall aus der Ecke, die das Ganze ja auch für den Umweltgedanken tun und da hat es natürlich eine charmante Rolle gespielt, wobei natürlich hierzulande sicherlich einige daran gar nicht mögen, dass der Individualverkehr-Gedanke natürlich immer noch dabei erhalten bleibt. Die wollen lieber, dass man Bus fährt, als dass man Robo-Taxi fährt. Also das ist wahrscheinlich in Amerika dann hoffnungsfroher. Ja, wo es keine Bürgerstärke zum Teil gibt, wo einfach die Voraussetzungen, wo es auch teilweise wirklich einen sehr bescheidenen öffentlichen Personennahverkehr gibt. Hier in Berlin ist es was ganz anderes. Hier falle ich quasi von der Wohnung in die U-Bahn. Ich kann mitten in der Nacht noch mit Bus und Bahn in einer flotten Zeit von A nach B kommen. Hier gibt es wenig Parkplätze. Autofahren in der Stadt macht überhaupt keinen Sinn. Aber der öffentliche Personennahverkehr spielt ja eine Rolle, da wo ich Dinge transportieren muss, wo ich meine alte Mutter aus dem Altenheim mal abholen möchte, die kaum noch laufen kann und so weiter. Also ÖPNV ist für sicher einen Großteil der Fortbewegungen geeignet. Aber man muss ja sehen, der ÖPNV kann auch nicht plötzlich all die Leute, die jetzt mit dem Autofahren aufnehmen. Das darf man ja nicht vergessen. Wir haben die Infrastruktur für Individualverkehr und der spielt eine gewisse Rolle. Und warum auch nicht? Dazu muss man sagen, es wird ja immer verglichen, Züge mit Autos und das wäre ja so viel ökologischer. Aber das stimmt nicht so ganz. Ich habe mal durchgerechnet, bei der jetzigen Auslastung, guten Auslastung der Deutschen Bahn, transportiert sie pro Passagier zwei Tonnen Blech mit. Bei einem Auto sind es bei durchschnittlicher Erlastung eine Tonne Blech. Das ist jetzt so schlecht nicht. Und auch der, wenn man es eben mit dem Elektroauto-Vergleich ist, ist auch der Energieverbrauch von der Bahn höher als beim Elektroauto, 50 Prozent rund. Und also so unökologisch sind jetzt Fahrzeuge auch nicht. Und Elektroautos nach dem jetzigen Stand halten ja auch doppelt so lange wie Verbrenner, weil einfach viel weniger Teile drin sind, die kaputt gehen können. Und weil die Batterien, wie man jetzt halt merkt, auch ewig halten. Länger halten, als man dachte. Ja, genau. Ja, viel länger. Also es gibt ja diese Firma von GB Staubel, die sich speziell auf das Recyceln von Batterien spezialisiert hat. Und die kriegt nicht genug Material, weil die Batterien halt so lange halten. Sogar die Second-Life-Anbieter haben ja keine, die kriegen keine Second-Life-Batterien. Also die sind hauptsächlich bestückt mit Ausschussware, die von den Maßen nicht hundertprozentig gepasst haben und deswegen nicht eingesetzt werden können. Und statt dass man die dann schreddert, kann man die im Second-Life verwenden. Aber da hast du recht. Also das vielleicht auch als Hinweis für die Zuschauerinnen und Zuhörer. In deinem Buch ist gerade dieser Abschnitt über die Bahn auch nochmal wirklich aufschlussreich beschrieben. Das werden auch viele hassen, weil das will keiner so hören. Aber es ist halt nun mal so, auch da werden ja Schienen gelegt und auch da werden Trassen gebaut. Und wenn man die Gesamtbilanz betrachtet. Lass uns zum vierten Punkt kommen, von dem ich am wenigsten Ahnung habe. Robocops? Nee, wie war das? Optimix? Optimus. Genau, ich haute mich mal wieder an. Genau. Um was geht es da? Es geht darum, einen autonomen Roboter zu bauen, der ab nächstem Jahr erstmal in den Tesla-Fabriken eingesetzt wird, um dort Arbeiten zu verrichten, die für Menschen einfach gefährlich sind. Zum Beispiel im Radius von einem Roboter eine Tätigkeit zu übernehmen, die alten Roboter nicht übernehmen kann. Da sind Menschen halt extrem gefährdet, dass sie eben verletzt werden durch einen Roboter. Das ist bei einem autonomen Roboter eben vollkommen egal, ob der einen über den Dads kriegt oder nicht. Ein Mensch kann daran sterben. Und dafür werden diese Roboter entwickelt. Das heißt, sie werden auch auf der Grundlage der FSD-Technologie. Das heißt, sie werden auch mit Informationen aus der Umwelt gefüttert, wie sie sich dort bewegen können und eben zur Bewegung in der Lage sind, ohne jemanden zu verletzen, ohne, keine Ahnung, gegen Wände zu laufen und so weiter. Und das scheint auch sehr, sehr gut zu funktionieren. Und damit ist Tesla da auch ganz vorne mit dabei. Es gibt da sehr viele Demonstrationsvideos, wo man sich angucken kann, was diese Roboter können. Noch gehen sie wie auf Eiern. Ich bin mal gespannt, wann dieser Eiergang weg ist, um Gleichgewicht zu halten. Aber sie sollen eben am nächsten Jahr eingesetzt werden. Wobei hier in GrünEine gibt es bereits ein Exemplar, was auch schon ausprobiert wird. Also man ist da schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Und das ist auch nochmal ein Gamechanger. Roboter, die einfach erstens für Menschen unzumordbare Arbeiten oder eben gefährliche Arbeiten übernehmen können. Wie gesagt, bestimmte Dinge werden sie nicht können. Sie werden mit Sicherheit keine Haute Cuisine können. Sie werden einfach nur monotone Arbeiten übernehmen, die vielleicht kein Mensch machen will. Und vor allem, die auch Menschen nicht machen können, die zu gefährlich sind. Ich sage nur mal Bergbau oder sowas. Das wäre, glaube ich, für... Das ist ein schrecklicher Beruf und eigentlich Menschen nicht zumuten. Und da werden wir sie dann sehen. Das heißt auch weit außerhalb von der Autoproduktion, aber auch bei der Produktion vielleicht das nochmal angesprochen. Also in den deutschen Medien hört man ja immer, ja, Tesla ist jetzt unter Druck und muss die Preise senken, weil die Konkurrenz so groß wird. Der Punkt ist doch ein bisschen der, dass Tesla einfach auch sehr günstig produziert. Also Tesla kann die Preise senken, oder? Ja, das stimmt natürlich, aber die Chinesen produzieren auch sehr günstig. Das darf man nicht vergessen. Deswegen werden sie ja mit Strafzöllen belegt. Aber gut, das Model 3 wird ja auch in China produziert, wird auch mit Strafzöllen belegt. Ja, sie haben ja gerade die Preise gesenkt. Sie haben ja so eine Aktion, 6.000 Euro preiswerter fürs Model Y. Hier aus Brandenburg haben damit aber auch die ganzen Halden jetzt abgearbeitet. Also es gibt keine Tesla-Halde mehr. Ja, ich bin gespannt, wohin die Reise geht. Ja, man sagt immer so, die Wertschöpfung sei viel höher bei Tesla als bei Volkswagen. Ist das so? Ja, sie haben halt, sie produzieren den Wagen in deutlich geringerer Zeit, in 10 Stunden. Und Volkswagen, soweit ich weiß, liegt beim ID.3 immer noch bei 30 Stunden. Damit ist natürlich ein viel geringerer Aufwand verbunden. Das Gigacasting spart viele, viele Robben, Roboter ein, die ansonsten dazu nötig wären, diverse Teile zu löten, zu schrauben, zu nieten, zu schweißen. Keine Ahnung. Diese Vorbauten und Hinterbauten von Fahrzeugen, die bestehen aus sehr, sehr vielen Teilen. Musk hat mal gesagt, man spart damit rund 300 Roboter ein. Und das ist das, was da passiert. Also diese Fahrzeuge werden mit viel weniger Aufwand gebaut. Und die Zukunft soll ja sogar so aussehen, dass das nochmal gespart wird. Also Elon Musk will da nochmal eine neue Stufe zünden, indem es halt nur noch drei Teile gibt, aus denen so ein Auto zusammengebaut wird. Und bevor diese drei Teile, also das hintere Teil, die Front und das mittlere Teil mit dem Akku und den Sitzen, bevor die zusammengebaut werden, sollen alle mit den entsprechenden Teilen schon versorgt werden, sodass das viel schneller geht. Man muss sich nur mal angucken, wie so ein Armaturenbrett in Deutschland in ein Auto oder auch bei Tesla noch in ein Auto gefriemelt wird, muss man sagen. Das ist eine furchtbare Prozedur, tierisch kompliziert. Und wenn das dann einfach, bevor es zusammengebaut wird, einfach so reingesetzt werden kann, ey, super. Das heißt, das wird vieles erleichtern. Damit will Tesla noch weitere Kosten sparen. Ja. Super. Wir sind auf der Zielgerade. Und du hast gerade das Wort Zukunft schon genannt. Vielleicht mal eine ganz einfache Frage. Kommt erst das Model 2 oder erst das ID 2? Also, der Porsche Macan hat sich aufgrund von Softwareproblemen um anderthalb Jahre verspätet. Softwareprobleme hat Tesla nicht. Deswegen gehe ich davon aus, dass das Model 2 vor dem ID 2 kommt. Aber das ist ja für 25 schon angekündigt. Dann müsste er sich ja ganz schön beeilen. Ist da schon irgendwas zu sehen? Ja, also, es wird vermutet, dass das Robotaxi und das Model 2 die gleiche Plattform nutzen und quasi das gleiche Auto sind. Und dass er vielleicht auch eben mit diesen ganzen Produktionsvorteilen noch, dass er die noch erst voll nutzt, um dann wirklich ein wirklich günstiges Model 2 bauen zu können. Ja, das kann sein. Aber ich glaube, im Moment gehen die Diskussionen dahingehend, weil das ist wirklich eine Herausforderung. Wie muss so ein Robotaxi aussehen? Also, wie ist das, ich sage mal, nicht konstruiert, sondern wie ist es, welche Ausstattung hat es? Was sind da für Sitze drin? Kann man die nach hinten klappen, um dort vielleicht schlafen zu können, um einfach in Berlin loszufahren und nach sechs, sieben Stunden in Köln anzukommen, ohne was zu merken? Oder sollen die nur für Kursstrecke sein? Also, wie sind die ausgestattet, damit die Menschen sich darin wohlfühlen? Ich glaube, das ist die ganz, ganz große Frage. Und meine Theorie nach dem, wie ich Elon Musk kenne, gab es, keine Ahnung, vor zwei, drei Wochen eine Besprechung, wo er dann gesagt hat, nö, wir müssen uns nochmal ganz zurücknehmen, wir müssen nochmal wirklich überlegen, haben wir da die richtigen Ideen? Ist das wirklich geeignet? Muss das so wie ein Auto sein? Oder soll es eher wie ein Zug innen sein? Und wenn ja, vielleicht besser als ein Zug, weil die Sitze, keine Ahnung, wieder in der ersten Klasse eines Flugzeuges quasi in wirkliche Liegepositionen kommen. Das darf man ja nicht vergessen. Tesla hat ja eine Tradition, da mit dem Campingmodus in seinen Fahrzeugen und der Möglichkeit, sich wirklich ein Bett hinten reinzulegen. Ich kann mir vorstellen, dass diese Überlegungen nochmal eine Rolle spielen und man vielleicht da auf dem falschen Dampfer war aus Ile-Masts Sicht und er sagt, nee, wir müssen das nochmal überlegen, das ist der falsche Weg. Ich glaube, daran arbeiten die im Moment. Ich glaube, er hat dem Team, so vermute ich, das Auto sollte ja am 8. August vorgestellt werden, er hat denen einen Rieseneinlauf gegeben. Kann man ja in der Biografie nachlesen, wie so Einläufe aussehen und jetzt fangen die nochmal in Anführungszeichen von vorne an und das wird jetzt eine Weile dauern. Sie werden es unter Hochdruck machen, aber sie werden es machen. Am Ende kommt ja bei Musk einfach viel raus. Ich glaube, was man, viele denken, das ist ein Schwätzer und ich glaube, die haben es nicht verstanden, weil da kommen, da sind Ergebnisse, da landen Raumschiffe wieder. Wieder. Ja, also das Starship ist für mich ein absoluter, nein, nein, nicht das Starship. Das Basics. Raptor, Raptor Version, das Raptor Triebwerk, Version 1 gegen Version 2. Bitte blende jetzt ein Bild ein. Okay. Das ist wirklich die Entwicklung, die da gemacht worden ist und da steckt Elon Musk dahinter, der einfach gesagt hat, bitte versucht zu vereinfachen, was zu vereinfachen geht und das immer wieder. Er hat ja die Käse, wenn ich, nachdem ich etwas vereinfache, nicht wieder 10% der Teile reinbaue, die ich weggeschmissen habe, dann habe ich was falsch gemacht. Also er ist dafür, über die Grenzen hinaus Dinge zu vereinfachen, um dann zu scheitern und dann wieder das reinzunehmen, was man wirklich braucht. Und dieses Triebwerk, die Version 2 gegen die Version 1 ist ein absoluter, ein bahnbrechender Unterschied zwischen diesen beiden. während er hat es, glaube ich, Spaghetti-Salat genannt, das erste. Es sind so viele Leitungen um dieses erste Triebwerk und beim zweiten gibt es gefühlt nur noch 10% dieser Leitungen. Da ist nichts mehr dran. Und das ist ja total interessant, wenn man vom Starship, dem ersten Start sieht, wie viele Triebwerke da ausgefallen sind. Unfassliche Mengen, also für eine Rakete, einfach nicht gut. Das waren zu viele. Und das haben sie beim zweiten Mal in den Griff gekriegt. Da ist, glaube ich, noch eins ausgefallen oder keins, ich weiß es gar nicht mehr. Und das haben sie dann ganz schnell in den Griff. Und das hat halt funktioniert. Aber sie mussten noch mal ran und noch mal korrigieren. Und das ist halt wirklich absolut beeindruckend. Das ist die, ich sage mal so, er hat eine Philosophie dahinter. Und das ist der Punkt. Und viele andere, die arbeiten, wenn man das sieht, ohne ein Konzept an der Innovation. und das, es gibt halt ein ganz stringentes Konzept bei Tesla, bei SpaceX. Man darf nicht vergessen, es gehört auch noch neuer Link dazu. Es gibt noch die Boring Company. Es gibt da ein, hinter all dem steckt ein Konzept und das wird halt einfach stringent durchgezogen, immer wieder vereinfachen, immer wieder neu überlegen und das leben die Leute dort. Wie gesagt, hier an der Firewall zwischen dem Vordergrund und dem Fahrgastraum im Model Y hier in Berlin, wie die dort selbstständig eine Vereinfachung entwickelt haben, ohne dass Musk irgendwas gesagt hat und so geht es halt immer weiter und ja. Also über die anderen, über die anderen Musk-Firmen reden wir dann auf jeden Fall beim nächsten Mal. Das ist ja wirklich noch ein weites Feld, das unterschätzt man ja auch, da gibt es ja auch noch den Hyper, Hyper, Hyperloop, genau. Und dahinter steckt immer wieder dieses Prinzip, ja eigensinnig zu sein, auch flexibel zu sein und vor allem zu vereinfachen und dann nimmt man auch mal den Gangwahlhebel raus aus dem Auto und dann schimpfen alle, oder? Ja, ja und es ist immer so, dieses Prinzip, ich denke das nochmal neu, was ist denn die Herausforderung? bei Transrapid, das große Problem des Transrapids, wenn der 400 Kilometer fährt, ist der riesige Luftwiderstand, der riesige Energieverbrauch, deswegen fährt der Transrapid in China nicht mehr mit Höchstgeschwindigkeit. Das ist einfach viel zu teuer, weil der Stromverbrauch zu groß ist und er hat, okay Luftwiderstand ist das Problem, gut, dann müssen wir das Ding halt in eine Röhre stecken, wo es keinen Luftwiderstand gibt. Ob das jetzt praktikabel ist oder nicht, weil ich sage mal, Röhren durchs Land zu verlegen in den Fahrzeug gefahren, ist jetzt auch nicht so ganz unaufwendig und nicht umsonst gibt es das ja noch nicht, aber wer weiß. Also es wäre auf jeden Fall schade, wenn man dieses ganze, ja Potenzial ist eigentlich schon fast untertrieben, an Innovationskraft deswegen ja nicht mehr berücksichtigen würde, weil er den falschen Präsidentschaftskandidaten unterstützt. Das wäre tatsächlich schade, weil es ist nun wirklich ein innovativer Geist. Vielleicht zum Schluss, du hast immer mal wieder, was Tesla betrifft, was richtig vorhergesagt. Du hast immer mal wieder gesagt, als nächstes kommt das und das oder so irgendwas und dann kam es. Was ist deine Prognose? Was kommt als nächstes? Also Quartalszahlen sind langweilig, sondern was ist das nächste Ding, wo er die Schatulle aufmacht? Also die Themen haben wir letztlich besprochen. Ich glaube, was viele nicht sehen, das Robotaxi wird ein Riesending. Es wird ein Riesending, das wird unsere Welt verändern. Wie Tesla mit der Elektromobilität die Welt verändert hat. Diese Robotaxi sind ja auch dann fürs Land super, wo wir heute sagen, ja Busse funktionieren nicht, jeder braucht ein eigenes Auto. Mit Robotaxis ist das Problem gelöst. Was viele nicht auf dem Schirm haben oder nicht richtig bewerten, ist von SpaceX Starlink, Satelliteninternet, was übrigens inzwischen auch Satelliten nach oben schießt, womit man mit dem normalen Smartphone drauf zugreifen kann. Die Leute reden hier noch über Glasfaser. Liebe Leute, ihr könnt das Verlegen von Glasfaser beenden. Das braucht keiner mehr. Stellt eine Schüssel oben aufs Dach und versorgt das Haus mit Starlink. Das ist genauso preiswert beziehungsweise braucht keine Investitionen außer einer Satellitenschüssel. Ich muss ihre Straße nicht aufreißen und ich habe es überall auf der Welt. Das ist ein Game Changer, den noch keiner so richtig auf dem Plan hat, aber es ist ein Game Changer. Ja. Ja, das sind natürlich wirklich alles, was wir jetzt genannt haben, was Elon Musk macht, sind halt wirklich radikale Ansätze. Ansätze. Und ich glaube, dieses Radikale ist in seiner Persönlichkeit auch unangenehm. Absolut. Und ich glaube, dieses Radikale ist auch das, was vielen Angst macht, viele abschreckt, ja, Vorbehalte hat. Wenn du jetzt ganz zum Schluss die Gelegenheit hättest, Elon Musk was zu sagen und er würde auf dich hören, was würdest du dir von ihm wünschen oder was würdest du ihm bitten, ihn sagen? Das, was ich am Anfang gesagt habe, einfach mal die Fresse halten. Vielen Dank. Danach kann ich mir viel kommen. Ganz herzlichen Dank, lieber Christoph, für diese ausführliche Umrundung des Themas Tesla und Elon Musk. Ganz herzlichen Dank nach Berlin. Danke dir. Ich hoffe, ihr lieben Zuhörerinnen, Zuschauerinnen und Zuschauer, euch gefällt auch diese lange Form meiner Beschäftigung mit den Themen der Energiewende. Lasst mir auf jeden Fall ein Abo da, ein Like und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Dieser Dad. Ich bin ein Abo da, 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 ich bin ein Abo da,